Und ich muss, oh nein, noch mal da weitermachen. Ganz toll. Oh ja. Voll vorbeigeschossen. Und hab's trotzdem getroffen. Mann, bin ich gut. Nein, ich will die Waffe, die... Die ist schneller, effizienter, härter. Und die leben noch. Scheiße. Geh weg. Geh weg. Brennhöhen. Zum Glück haben die keine zielsuchenden Raketen. Die scheiß Skelette. Schalte 1. Schalte 2. Was auch immer der bringt. La la la. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche Stufen die hinnehmen. Ich kann's einfach nicht. Nein, die zweite ist stärker, aber... Die reicht auch im Prinzip für die meisten Gegner. Für die meisten, also nur. Ich laufe erst mal da rein. Vielleicht doch ganz so gute Idee, wie ich gedacht hab. Hallo. Hallo. Ja, stimmt das nicht zu euch. Die keine Manier, wo Gäste ankommen sind, äh, da sind, äh. Ja, genau. Wenn Gäste da ankommen sind, irgendwie... Oh, schon tot. Tja, das passiert, wenn man sie mit mir anlegt. Man stirbt. Meistens. Also gelegentlich, hin und wieder. Noch mehr, Jain. Die Munition ist heute noch, bis ich... Die Munition kann ich denn überhaupt tragen? Ach ja, das wird, glaub ich, durch den Rucksack mit Munition erhöht. Boah. So lang her. Es ist so lang her. Und... Ach ja, tu mich auch. Auf. Da. Huish. Huuh! Aus der Schussweite, aus der Schussweite. Aha! Geht weg! Geht auch weg! Geht weg, hab ich gesagt. Die schießen mit Raketen auf mich, diese bösen, bösen Menschen. Huuh! Das sind ja noch mehr, noch mehr. Oh, ich hasse es. Stirb schon und... Blauer Totenkopf? Was macht der? Ich glaub, die haben auch als Schlüssel gedient. Oh ja. Das schreit förmlich nach. Jetzt kommen ganz viele Gegner, wo du den Key aufnimmst. Und, 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 oh, ich hab keine gemacht. Ja, schießt euch gegenseitig tot. Nein, nicht mich, gegenseitig. Stirb. Ihr fetten, was auch immer. Mit zwei Raketenwerfern. Ja, kommt. Nicht doch lieber mal Hände zu, dann könnt ihr wenigstens mit Besteck essen. Gut, ich seh nicht aus, als würden sie überhaupt essen. Und wie komm ich da rein? Gar nicht. Hm. Na. Nichts, wer da. Press HV help. Ich brauch keine Hilfe. Okay, noch nicht, noch nicht. Ich werde Hilfe brauchen und... Ja, ich bin feige und deswegen werde ich ganz oft speichern und... Hüse! Gah! Ganz komische Wörter manchmal. Ach, ich hasse euch auch. Gut, ich speierer. Sonst müsst ihr das jetzt nochmal machen. Darauf haben wir alle keine Lust. Also ich nehme mal, wie... Also ich nehme es nicht an, dass ihr es sehen wollt, wie ich ganz oft immer wieder an der... ...selben Stelle. Lalalala. Wie komm ich da raus? Gar nicht. Oder später? Wie komm ich da später raus? Schießt du da auf mich? Nein. Doch. Sterb doch mal einfach. Es ist so schwer einfach zu sterben und... Okay, ich lasse es. Ich lasse es. Er hat doch einen Standpunkt klar gemacht. Und ich verstehe ihn. Ich kann ihn voll und ganz verstehen. Ich laufe hier einfach raus. Gemütlich. Locker. Lalalalalalalala. Lass mich weg. Lass mich weg. Lass mich rauf. Schau auf. Oh, ich hasse diese Aufzüge. Die kann man nicht manuell betätigen. Und, und. Keine Gegner. Da drin. Keine Gegner. Keine Gegner. Keine Gegner. Komisch. Und wir gehen so raus. Oh, und es ist unten. Es ist unten. Und wir kriegen Munition. Brauche ich. Noch mehr. Noch viel mehr. Und helfen. Na mir auch noch mit. Und da geht es uns schon wieder richtig gut. Und war da nicht noch... Rüstung. Irgendwo war da noch eine Rüstung. Wo habe ich die liegen lassen? Wo habe ich die liegen lassen? War die da noch irgendwo gelegen? Nein, Moment. Da hatte ich alles mitgenommen. Und. Da waren die Grafikspieler. Und da war die Rüstung. Genau. Die brauche ich. Eine grüne Rüstung. Nicht so schön wie blau, aber... Bis als nächstes. Und wir wollen... Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Da wollen wir hin. Und... Was sage ich überhaupt immer wir? Bin ich mehrere? Gute Frage. Bin ich mehrere? Stöhnt halt noch lauter. Ja, komm. Kann ich meinen Nachbarn erzählen? Meine Freundin, die verletzt nach... Das werden die Nachbarn ja gar nicht. Hoffe ich. Vielleicht. Gut, bei unserer Nachbarn wissen wir das nicht. Das sind komische Leute. Und... Nein. Nein. Wir wollen nicht wieder irgendwo hinspringen, wo wir dann nicht wieder reinkommen. Wir haben gemerkt, man kann... Sollte nicht springen können in Doom. Warum habe ich das überhaupt angeschaltet? Ich könnte es ausschalten. Und könnte sowas nicht mehr passieren. Und die Plattform steinfühlt nach... Zu, dass sie irgendwann drum da fahren. Und was habe ich denn gemacht? Ich wollte bloß durch die Tür gehen. Und... Ach du... Nur vier? Ach komm. Zwei, drei mehr hättet ihr doch schon noch bringen können, oder? Und jetzt weiß ich, warum ich die Raketenwerfer-Munition bekommen habe. Das ist ein hochmodarer Raketenwerfer. Mit super schnellen Schussmodus. Geh weg! Das ist gar kein Gegner. Das ist die Wand. Warum geht die Wand denn aus dem Weg? Die Wand steht mir immer im Weg. Die will, dass ich sterbe. Und ich habe keine Raketen mehr. Schnauze, du. Okay, warum brechen die ab? Naja, sind Küh oder Minotaurin? Naja, Küh, Minotaurin. Ist dasselbe. Und legen einen Schalter da mal um. Oder noch einer? Nein, scheint nicht so. Und wie lange dauert die Karate denn noch? Doch noch irgendwo einer? Ah, da, ich sehe dich. Okay, und... Das sind alle, was jetzt hinter dieser Tür kommt. Also... Da kommt mehr als erwartet. Ach, schießt euch Dings, hat ich irgendwo den Haufen. Ich höre dich. Und er lebt noch. Scheiße. Schnauze. Stiert. Und was haben wir da noch so? Nur so ein paar... Was? Was habe ich da jetzt verletzt? Hä? Aber ihr habt mich geschossen? Oder habt ihr mich die Tür ertrückt? Das ist doch... Noch mehr. Munitionsverschwendung. Ihr seid ja doch gar nicht. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Was war das denn jetzt? Ich schaue mal da links mal. Ich schaue einfach mal. Na ja, egal ob da Monsters sind, die mich töten wollen. Ich gehe halt einfach mal rein. Ohne irgendwie vorher groß nachzuschauen oder nachzudenken. Das ist eh nicht wichtig. Und geht doch mal alle weg. Geht weg. Ich mag euch nicht. Und... Was bist du? Oh, ich bin unsichtbar. Würde ich sagen. Ich kriege die Tür wieder auf. Das ist die Tür. Ich kriege die jetzt wieder auf. Ich brauche einen Schalter. Einen Schalter. Der ist kein Schalter. So ein Mist. Das heißt, ich sehe mich jetzt alle. Warum schießen die auf mich, wenn die mich nicht sehen? Oder sehen die mich doch? Yellow School. Oh, ich brauche noch mehr Schlüssel. Dann geht in diese Welt noch. Ach, die schießen dann einfach nur das Sinn aus der Gegend, weil sie nicht genau wissen, wo ich bin oder wie sehe ich das jetzt. Und... Ja, tötet euch gegenseitig. Ich habe euch lieb. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Guck, dass ich öfters mal speichere. Hin und wieder mal. So ein, zweimal.